Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt ist sie bereit fürs Fotoshooting Äh, Fotoshooting? Für den Wohltätigkeitskalender Damit wollen wir etwas Geld für das Tierheim hier im Ort sammeln Alle unsere Haustiere sind darin zu sehen Wow, das ist super! Ich würde auch gern was beitragen Aber ich habe leider kein Haustier Oh, möchtest du eins? Nein, nein, ich wüsste ja nicht mal was für eins Okay, liebe Tierchen, macht euch bereit für unsere Nahaufnahmen Wartet! Habt ihr vielleicht noch Platz? Du bist doch kein Haustierdummchen! Nein, ich habe meine Meinung geändert Fluttershy, kannst du mir helfen, eins zu finden? Ich dachte, du würdest nie fragen Herzlich willkommen in unserem Tierheim Oh, ich weiß, hier wird irgendwo das perfekte kleine Haustier auf dich warten, Sunset Oh, du bist ja so kuschelig Findest du nicht auch Sunset Schimmer? Äh, nicht für mich Vielleicht ein Tier mit weniger Fell? Wie wäre es mit einem Kampffisch? Der hat kein Fell, sondern stattdessen wunderschöne Flossen Ähm, keine Ahnung Ich würde mein Haustier natürlich auch gerne mal halten Oh, ich weiß genau welches Hallöchen, kleines Kerlchen Du bist mir ja vielleicht ein süßer kleiner Sonnenschein Ich nehme ihn Oh, nur keine Sorge Geh ruhig etwas näher zu den anderen, Schatz Sie werden nicht beißen Es ist okay, Ray Ich passe auf dich auf, okay? Versprochen Achille 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 Vielen Dank.